vor kurzem war das unreal fest 2024 und dort gab es einige coole ankündigung aber die haupt ankündigung war definitiv die neue unreal engine version 5.5 und wir schauen uns heute an was neues wieso diese änderungen so bedeutend sind und wie wir das ganze jetzt schon testen können die größte neuerung bei unreal engine sind mega lights nachdem es ja jetzt schon lumen für die globale beleuchtung gibt sind mega lights für die direkte beleuchtung und die schatten da mit mega lights können wir nämlich unglaublich viele verschiedene lichtquellen platzieren und die schatten für jede einzelne lichtquelle dynamisch anpassen diese beleuchteten bildschirme die hier seht beleuchten die umgebung dynamisch und das war vorher so einfach nicht möglich mit nanite wurden damals die limits für dreiecke entfernt mit lumen wurden die limits für globale beleuchtung entfernt und jetzt haben wir eben mega lights da können sich künstler komplett austoben und extrem viele verschiedene lichtquellen platzieren das war auch ein großer kritikpunkt an unreal engine denn zuvor konnte man nicht viele lichtquellen platzieren und lichtquellen haben die performance schon ziemlich runtergezogen das ist auch einer der gründe wieso spiele wie king and come deliverance 2 nicht auf unreal engine sondern auf die cry engine setzen aber mit den mega lights wurde einer der größten kritikpunkte jetzt auch bei unreal engine entfernt die assets die hier sehen können die stammen unter anderem von den quicksail mega scans und die werden bald auch in dem neuen asset shop verfügbar sein darüber habe ich auch schon ein video gemacht das könnt ihr euch oben rechts angucken und hier kommen wir zu einer sehr spannenden szene denn allein in diesem bild gibt es über 1000 lichtquellen die alle auch noch schatten werfen alle lichter sind dynamisch und lassen sich bewegen und das ganze gilt nicht nur für point und spotlights sondern auch für area lights jetzt könnte man vielleicht denken dass diese tech demo vielleicht auf einem 10.000 euro nasa pc laufen muss und dass das niemals auf irgendwelchen standard pcs laufen könnte aber was sie hier seht das läuft gleich auf einer playstation 5 und das ist wirklich beeindruckend denn so viele lichtquellen auf einer ps5 laufen zu lassen ist schon nicht schlecht dann gab es noch ein paar updates zu der neuen motion matching technologie die epic games vor ein paar monaten angekündigt hat jetzt soll es nämlich möglich sein viele animationen für die man bisher externe tools gebraucht hat direkt in unreal engine zu machen zum beispiel können wir jetzt die form hinzufügen um sachen zu verändern und eine weitere verbesserung ist dass charaktere sich jetzt besser anpassen lassen um verschiedene probleme mit haaren und kleidung zu beheben mit dem neuen plugin von epic games kann man dann zum beispiel haare automatisch ausblenden wenn der charakter einen helm aufsetzt oder verhindern dass t-shirts durch die jacke klippen das war vorher nur mit relativ hohem aufwand möglich und jetzt gibt es eben dieses plugin von epic games wo man das mit einem klick machen kann man kann jetzt außerdem machine learning nutzen um die charaktere realistischer wirken zu lassen und neben den charakteren gibt es auch für fahrzeuge einige neuerungen unter anderem ein komplettes system mit dem man fahrzeuge dynamisch anpassen kann und das alles funktioniert mit blueprints das heißt wir können hier ganz einfach jede beliebige anpassung in blueprints vornehmen die wir möchten ein weiteres sehr sehr großes feature von unreal engine 5.5 sind nanite skeletal meshes nanite wurde damals beim release von unreal engine angekündigt und das konnten wir nutzen um extrem viele dreiecke in unserer umgebung darzustellen das heißt wir mussten unsere objekte nicht runter skalieren sondern konnten einfach so detaillierte objekte wie wir wollten darstellen und obwohl das ganze auch schon für bäume und pflanzen und so funktioniert hat war bisher immer noch das problem dass es nicht für skeletal meshes funktioniert hat jetzt funktioniert es aber mit skeletal meshes und damit können wir charaktere so detailreich gestalten wie wir wollen und wir können so viele charaktere in unsere szene tun wie wir wollen das ganze funktioniert auch mit den meta humans von epic games und hier seht ihr schon wie viele charaktere man hier in eine einzige szene tun kann dann gab es auch noch ein paar kleinere ankündigungen zum beispiel dass lumen und hardware ray tracing ist eine bessere performance haben und jetzt vor allem 60 fps games unterstützen sollen es gibt auch einen neuen den neuser der rauschen aus dem bild entfernen kann außerdem wurden die chaos physics verbessert und haben jetzt einen besseren debugger um probleme zu finden es gab ein paar meter sound verbesserungen unter anderem bei der performance und weil epic games jetzt auch wieder auf mobilgeräten verfügbar ist gibt es da auch ein paar verbesserungen zum beispiel gibt es ein preview für verschiedene mobilgeräte um zu sehen wie das spiel auf dem jeweiligen gerät läuft testen könnt ihr unreal engine 5.5 im epic game store das ist als preview verfügbar wie ein kleiner disclaimer sachen die als preview verfügbar sind solltet ihr nicht im production nutzen also nicht in irgendwelchen fertigen games die auf steam veröffentlicht aber zum testen könnt ihr das auf jeden fall gerne benutzen wenn ihr mehr videos zu dem thema sehen wollt dann lasst gerne ein like und abo da und wir sehen uns in der nächsten folge